Mülltrennung ist in Deutschland, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt geworden, da wir doch sehr viele Ressourcen schon verschwendet haben und sehr häufig an die Grenzen rankommen. Da habe ich Interesse dran, auf jeden Fall, dass wir dafür sorgen, dass die Fläche da, wo der Bürger sich auffällt, sauber bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020